Das ist ein Weizenfeld, wo der Weizen an dieser Aufgangsstelle, an dieser Stelle nicht mehr weiter wächst und es stellt sich der Frage, was der Grund dafür ist. Bis jetzt konnte ich noch keine Erklärung dafür finden, deshalb dokumentiere ich diese Stelle auch entsprechend intensiver. Auch hier ist ein Schaden mitten im Feld. Es scheint da auch ein Anfang auf einer gewissen Breite zu geben. An gewissen Stellen ist das Getreide völlig ausgefallen und hier kümmer das dahin. Andererseits stellt der Weizen nebenbei sehr gut. Im Mittelteil des Feldes sehr schlecht. Es gibt auch so Absätze und auch Krankheiten. Es dürfte also eine Vergilbung der Krankheiten der Beobachtenswirkus oder die刻rainer die großen Körner bei der Verkaufallung ges passed. Aber das sollte man immer wieder an die Beobachtenswirkung des Feldes begangen und die Wahrheit nicht mehr als Krieger oder die Beobachtenswirkung des Feldes. Daher nicht gerade auf dem Lenormarkt, der ist auch ein Vorfeld, der wir sagen, wirklich sind. Und wir sehen uns doch ganz schnell auch. Ja, wir sehen uns doch nicht, dass wir hier noch nicht nur die Verkaufallung aussehen. Aber da sind wir sehen uns doch noch nicht. Wir sehen uns doch, wenn wir hier nicht verraten. Geträdehändchen ist auch schön schön. Also da ist es am stärksten.